Hallo, ich bin Thorsten Jansen, heute steht bei Bobs Handballschule Kraftring auf dem Programm und ich zeige euch heute mal einen Auszug aus meinem Übungskatalog. Maximalkraft mache ich normalerweise insgesamt ca. 4 Sätze, fange dann an mit 60% des Maximalgewichts, was ich mal ermittelt habe, gehe dann über 75%, mache dann 4-5 Wiederholungen, mache dann auch jeweils 2-3 Sätze mit 80-90%, dann jeweils 2 Wiederholungen. Explosivkraft kann man meistens am besten mit 60-75% des Maximalgewichts machen, man muss langsamer runter gehen und explosiv und schnell nach oben. Beim Krafttraining kann man zwei verschiedene Arten unterscheiden, einmal das Maximalkrafttraining und das explosive Training. Das Maximalkrafttraining macht man zum Kraftaufbau, das heißt man macht die Serien mit höheren Gewichten, das heißt bis zu 90 oder 100% der Maximalkraft, dann mit weniger Wiederholungen. Die Explosivkraft ist zu empfehlen vor dem Spiel, einen Tag vor dem Spiel oder zwei Tage vor dem Spiel. Da arbeitet man mit 60-75% der Maximalkraft und führt die Übungen anders aus, das heißt nicht so langsam, sondern man geht zum Beispiel bei der Kniebeuge langsamer runter und geht dann schnell wieder in die Bewegung und das wie gesagt mit weniger Gewicht. Die erste Übung ist die Kniebeuge, dabei geht es eigentlich um die gesamte Beinmuskulatur, in erster Linie um die Oberschenkel, da wird meistens die Maximalkraft gemacht, man kann auch die Übung als explosive Übung machen, dann mit weniger Gewicht. Grundsätzlich ist es so, dass es eine Verbesserung der Kraft sein soll.